Melissa von Hochzeit auf den ersten Blick offenbart ihre erschütternde Erfahrungen mit häuslicher Gewalt. Nach Anruf bei der Polizei, Hochzeit auf den ersten Blick Melissa ist wieder Single. Es sind erschütternde Details, die Hochzeit auf den ersten Blick Melissa, 30, am 21. Februar 2024 öffentlich macht. In einem Instagram-Reel gibt die Mutter eines dreijährigen Jungen zu. Opfer von häuslicher Gewalt geworden zu sein. Der Täter soll ihr Ex-Freund gewesen sein, den sie nach ihrer Scheidung von Hochzeit auf den ersten Blick Ehemann Philipp, 36, kennengelernt hat. In ihrer Instagram-Story deutet Melissa zunächst an. Der kleine M, so der Spitzname ihres Sohnes, Anmerkung D. Red. Und ich sind wieder alleine, wir wohnen wieder alleine. Wir wohnen hier alleine und das ist auch richtig und wichtig so. In den letzten Tagen gab es mehrere Situationen, die bewiesen haben, dass diese Entscheidung richtig war. Sie befinde sich derzeit noch dabei, die Geschehnisse aufzuarbeiten, weshalb sie nicht klar benennen kann, was passiert ist. Ihr Reel soll dennoch ein erstes Statement setzen. In besagtem Clip sitzt Melissa völlig aufgelöst auf der Couch. Im Bild ist häusliche Gewalt ist kein Tabuthema. Zu lesen, im Hintergrund läuft der Song stärker als Gewalt von Rapper Ecofresh. Zu hören ist die Zeile. Es ist wieder mal passiert, denn er stand unter Druck. Ihm ist nur seine Hand ausgerutscht. Unterdessen blendet Melissa einen Screenshot ein, in dem zu sehen ist, dass sie vier Minuten lang mit der Polizei telefoniert hat. 240.547 Menschen sind Opfer von häuslicher Gewalt geworden und ich gehöre leider dazu. In der Beschreibung klärt die ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick Teilnehmerin auf. 240.547 Menschen sind Opfer von häuslicher Gewalt geworden. Und ich gehöre leider dazu. Dabei sollte niemand jemals in Angst leben müssen. Jeder Schlag, jedes verletzende Wort, jede Narbe erzählt eine Geschichte. Aber wir sind stärker als unsere Narben. Gemeinsam stehen wir auf, brechen das Schweigen und kämpfen für eine Welt, in der niemand mehr Angst haben muss. Trotz all der Vorfälle beteuert Melissa, dass sie durchaus schöne Momente mit ihrem Ex-Partner erlebt hat. Und fügt hinzu. Da muss man dann auch sein eigenes Kind schützen und somit sind wir nur noch zu zweit. Ich muss sagen, ich genieße es gerade total. Ich bin jetzt mal.